Ich bin Schreiner geworden, weil ich gerne mit Holz arbeite, weil ich Holz gerne rieche. Holz ist einfach ein angenehmes Material, riecht gut, ist warm. Wir haben ein richtig gutes Team, vom Lehrling bis zum Meister, helfen alle zusammen, um eine gute, saubere Arbeit abzuliefern. Wenn das Holz zu uns kommt, hat es die Rinden dran, ist im Rohzustand. Und wenn wir das bearbeitet haben in unserer Werkstatt, werden wir ein fertiges Mebelstück genossen. Ja, hammermäßiges Team. Unser Ziel ist, aus den Vorstellungen vom Kunden zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Ich arbeite gerne bei der Schreinerei Maier, weil wir da noch mit echten Holz arbeiten. Das ist halt auch schön, wenn du am Ende des Tages einfach siehst, was du gebaut hast, was du gemacht hast. Einfach auch andere Leute gefreut und mich machen kannst. Ja, ist schön. Egal was das ist, Türen, Treppen, Küchen, Badmöben, wir fertigen alles individuell und können so auf jeden Kunden eingehen. Wir sind Schreinerei Maier! Wir sind Schreinerei Maier! Wir sind Schreinerei Maier! Eins, Schreinbare Spiegel – ich wieder älter. Bettbourgen, Bäume, Spia, Treppen, G suspach? Brepptoria!